Nicht am Lenkrad abstützen, sondern dieses an sich heranziehen. Verunfalls aus einer anderen Perspektive. Bilder sollten auch die letzten Kritiker von der Notwendigkeit der Sicherheitsgurte überzeugen. Wie wichtig der Sicherheitsgurt ist, sollen ein paar Beispiele zeigen. Mit Tempo 75 saut er ab, sondern zieht das Steuer an sich heran, um zu vermeiden, dass er in den Sicherheitsgurt hineingeschleudert wird. Wer sich verhalten, die hinten sitzen und bemerken, dass ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit Frals Hände um den Nacken schlingen und sich nach vorne beugen oder zur Seite drehen. Auch wer auf dem Rücksitz mitfährt und angeschnallt ist, bei Tempo 70. Diejenigen, die das Gurt anlegen scheuen, können sich hier überzeugen. Autobahn mit Tempo 100 gegen eine stehende Fahrzeugkolonne. Autobahn mit Tempo 100 gegen eine stehende Fahrzeugkolonne. Gurt sind Lebensretter. Gurt sind Lebensretter. Gurt, der Nacken schlussende Lebenssicherung. Gurt, der Nacken记 in einer Stehende Fahrzeugkolonne. Gurt, der Nacken schlussende Lebensretter. Vielen Dank.